Ihr habt sie euch lange gewünscht, die Mystery-Boxen in Deutschland und hier darf ich euch wieder eine neue Mystery-Box vorstellen, die Bohemian Beauty Mystery-Box und die ist richtig toll, exklusiv für Access-Mitglieder, weil hier in dem Päckchen ist wieder ein kleiner Cutie versteckt. Die Box kostet 59,99 Euro und wie gesagt exklusiv für Access-Mitglieder. Wer die Box aber haben möchte und noch kein Access-Mitglied ist, der könnte ja überlegen, ob er vielleicht ein monatliches Abo abschließt und dann eben auch die weiteren Vorteile vom Access-Abo sich nicht entgehen lassen möchte. Aber jetzt schauen wir mal in die Box rein. Diese beiden Sachen, die ich hier hochhalte, die sind nur mit Explore und Maker-Modellen nutzbar. Das heißt Explore R2 und Explore 3, Maker und Maker 3. Das sind nämlich zum einen Stifte und eben hier dieses Deep-Point-Plate. Das Deep-Point-Plate will ich euch nochmal genauer vorstellen. Ich nutze es nicht nur für Schnitte bis 1,7 Millimeter. Das Besondere an diesem Deep-Point-Plate ist die Klinge. Das ist nämlich eine 60-Grad-Klinge und damit könnt ihr nicht nur etwas dickere Materialien schneiden. Beim Explore sogar geht hier das Veneer-Material von Cricut. Das wird nämlich auch mit dem Deep-Point-Plate geschnitten. Sondern mit dieser Klinge schneide ich auch gerne filigrane Papier- oder Vinyl-Arbeiten, weil durch diese 60-Grad-Klinge das Ganze noch filigraner geschnitten werden kann. Also das ist eine Klinge, die ich euch unbedingt empfehle. Dann haben wir hier richtig tolle Stifte in sehr, sehr schönen Farben. 0,3, also eher sehr feine Stifte. Und die Materialien, die ihr hier seht, die sind alle auch mit dem Joy nutzbar. Ihr klebt es einfach auf die Matte und könntet es auch nutzen. Das sei auch nur mal am Rande erwähnt, weil ich da immer wieder gefragt werde. Wir fangen mal hier unten an. Hier haben wir ein Strong-Bonded. Das ist so ein extra langliebiges Iron-On. Das Tolle an diesem Iron-On ist die Folierung. Das ist ein Foil-Iron-On. Das heißt, das schimmert richtig toll auf Textilien, wo es aufgebracht wird. Es sind insgesamt vier Blätter drinne in der Größe 30,5 x 30,5. Schöne Farben. Ich halte sie euch hier nochmal rein. Nein, ihr seht, Silber, Dunkelblau. Ich würde mal sagen, so ein Lila-Schimmer und ein Gälleres. Dann haben wir ein Premium-Vinyl permanent in holographisch Sparkle, also so ein bisschen gesprengelt. Hier seht ihr das schon. Das ist auch genial zum Verzieren. Ich nutze das sehr, sehr häufig. Ich habe das auch immer zu Hause, weil es einfach einen schönen Effekt hat auf verschiedene Materialien. Hier sind drei Blätter drinne. Auch wieder, ah, seht ihr, in der Größe 30,5 x 61. Das heißt, hier habt ihr drei Sheets eben für die lange Matte geeignet. Oder wer die langen Matten nicht hat mit 60 cm, könnte es auch teilen. Wir schauen weiter. Nochmal hier Strong Bonded Everyday Iron On. Ja, schöne frühlingshafte Farben. Kann man immer gebrauchen, finde ich. Klasse! Oh, das ist toll! Das ist ein Metallic Iron On in Mosaik. Auch hier wieder drei Blätter drinne. Und guckt mal, hier unten kann man es sich schon erahnen. Sieht richtig, richtig toll aus. Also das ist ein, ja, mal ein außergewöhnliches Material, wie ich finde. Und zum Schluss, das habe ich euch auch schon mal vorgestellt, das gehört zu meinem Lieblings-Vinyl. Das ist das True Brushed Vinyl in Permanent. Und das hat so eine geriffelte Haptik und sieht wirklich richtig schön aus. Hier kann man die Struktur ein bisschen erkennen. Ja, und alle sind wahrscheinlich neugierig, denn hier ist er. Ein neuer Cricket Cutie. Wir schauen mal, wie er aussieht. Schaut ihn euch an. Die Farbe nennt man, jetzt muss ich erst mal gucken, Wisteria. Aha, sieht richtig schön aus. Ja, wie ich finde, wieder eine echt tolle und sehr, sehr gelungene Mystery Box, die ihr hier zu einem echt sensationellen Preis ergattern könnt. 59,99 mit eben all diesen Materialien hier. Ja, viel Spaß und ja, bis ganz, ganz bald hoffentlich wieder. Ich bin ja, bis bald. Ja, bis bald. performance. -